Oh, warum denn? Mann, wie knapp ist denn das? So, und jetzt, jetzt rollt die ab. Oh nein! Hä, aber jetzt muss er doch der... Oh! Ja! Oh! Oh, was denn du los? Oh, warum denn so doll? Für dich alles, mein Freund. So, weiter geht's hier im Text. Oh, schon fast die Hälfte der Mission geschafft. Geil! Wow, 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 wow. Wow. Hä? Also, der muss umkippen, das ist ja klar. Das ist ja schon der Steif hier. Den kannst du ja gar nicht verbinden. Was bringt dir denn das, wenn du... Ja, aber das bringt doch gar nichts. Das, was soll das bringen? So, oder was? Hä? Was bringt das denn? Oh! Ah, das ist doch irgendeine Buckelaufgabe. Oh! Oh! Hä? Krass, okay. Hä? Ja, geil. Okay, auch gut. Oh, nö. Oh! 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 Oh, voll die Elektrikkacke. Oh, nein. Oh, hab ich da keinen Bock drauf. Ah, zwei Kabel. Oh, nein. Also, Strom kommt von da. Zumal der schießt das nicht. Also, der hat ja auch... Der kriegt von dem Strom. Wo krieg ich... Ich brauch ein Zweier im Endeffekt. Der geht... Auf... Auf... Warte mal. Mal gucken, wo geht denn der lang? Auf dem. Und der geht auf... Dem. Der geht auf dem. Hä? Müsste ich doch theoretisch... Der ist nicht richtig. Ah, verdammt. Der ist nicht lange genug. So, oder was? Och, Mann. Das ist doch bitte geht. Nein, einer geht nicht. Ja, gut. Brauche ich ja nur durchprobieren. Hä? Ja, gut. Hä? Alles klar. Ja, die wollten es genauso. Ja, ja. Ihr seid wieder so mit kleinen Trickbetrüger. Das ist gefährlich. Tch. Down with it! You are already giving up. Tch. Oh! Hä? Ahem. Ahem. Jetzt! Ja, geil. Genauso. Was wäre denn besser geklappt? Das war meiner? Okay. Was ist mit dem Seil besser? Kommt doch gleich hinaus. Gut. Jo. Yes, yes. SEO. Was geht da? Der geht da rauf. Flup. Flup. Und der muss da rein. Das Dynamit müsste noch... Was, wenn wir da ein Eimer raufstellen? Trifft der Eimer denn den Ball? Der Eimer muss ja nur den Ball treffen. Da muss ja nicht passieren. Oh, da passiert ja mal gar nichts. Da passiert ja mal gar nichts. Oh! Äh... Nee, der Eimer war kacke. Und jetzt bestimmt muss der Eimer das... Ah, ich weiß nicht, was passiert. Ja, das reicht nicht aus. Genau. Das heißt, der Eimer muss dann da am Seil ran. Das explodiert, kriegt Schwung und knallt. Ja, ist auch okay. Kann man das so machen? Das heißt, der Eimer kann eigentlich darauf stehen lassen. Das ist richtig. Oh! Gerade so. Ja, gut. Ja, gut. Eimer legt hier aufbelebt. Nochmal reacted hier. Schön, dass es auch noch hier so ein Revival kommt von mir. Das ist total in der Senke verschwunden. Oh, da muss das Ding nicht wieder ausgraben. Also, die soll da hin. Ja, dann mach. Die soll da hin. Und da ist das Ding, das ist... Oh, das ist kompliziert. Ist irgendwas, was hier runterfällt? Aber das war's. Verdammt. Also, der braucht den Schwung. Das ist schon mal klar. Das heißt, mindestens eine Seite darauf. Das ist schon mal. Der knallt den da runter. Der braucht auch das. Und das braucht... Also, eigentlich ist das klar. Das ist klar. Und eigentlich ist dann der auch klar. Dann wiederum ist der eigentlich... Aber wieso? Hä? So, oder wat? So? 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 Kann man machen. Kann man machen. Ich find die Funktion hier eigentlich mega geil mit dem Plan. Weil das gab es bei Crazy Machines. Bei mir früher nicht. Das ist... Ja, das ist bestimmt ein Update oder so. Weiß ich nicht. Ein Patch gewesen. Das man dem... Find ich mega gut. Das... Daran kann ich mich nicht dran ändern. Das ist das... Für dich alles, mein Freund. Lass uns mal noch ein paar Level weitermachen. Dann bin ich hier Co-Producer. Dann bin ich immer nur der Laufbursche. Boah. Also. Ah. Also der Schalter muss oben bleiben Weil sonst hat er keinen Strom Und der muss aber Unten Also der muss runter Die Kugel muss da hinrollen Das sieht gar nichts Also machen wir erstmal Strom Der Strom geht auf den Der geht auf dem und der auf dem Kann ich nicht Mist der ist mit dem verbunden Das heißt der muss So oder was Dann müsste ja Ah der muss Also der hat eh Der hat Dauerstrom Da muss der oben bleiben Und der geht jetzt an Jetzt muss ich ja nur verhindern Das So oder was Aber ein bisschen fies hier So oder was Das wird aber ein bisschen Wie willst du denn Ah Was ist denn das So richtig kacke Hä Also der zieht den an Eigentlich ihn so anziehen Bringt mir das doch auch nichts Wie kann ich denn Das wird ja nichts Wie mies ist das denn Das ist aber mies Das kommt ja hier nur auf den Winkel drauf an Oder was Das bringt ja auch nichts Das ist auch nö Das ist doch wieder ein bisschen Bucklig hier alles So oder was Komm 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 Roll davon ab Oh nein Geht aber echt nur Millimeter Geht nur Millimeter Geht nur Millimeter Geht nur Millimeter Bitte 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 Oh Warum denn Warum denn so Das ist ja zu viel Mann Da geht es doch um Millimeter Um Millimeter Das reicht doch auch nicht Oh Mann Was Bin ich auf dem richtigen Weg Oder was Oder muss man den Wie viel Kraft hat denn der Magnet Kann der auch von unten So oder was Geht das so Oh Mann Oh Das ist doch nur so ein buckliger Magnet Da kommt der aber nicht durch Das heißt Er kann ja nur von Oh Da kommt so Da kommt es auf so wenig drauf an Mann Das ist nur so So ein Mikromüli Oh Was kann ich denn da noch machen mit dem Seil Nichts Ballon bringen wir alles nichts Ich brauche keinen Ballon 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 Okay Das muss so richtig sein Ich muss ihn am besten so Wenn er runterfällt So ging Oh Da gibt es bestimmt irgendeine billige Lösung Entweder ist es wirklich so Ganz knapp Oder da gibt es irgendeine billige Lösung Zumal Das wäre geil wenn der so Diese wegkicken würde beim runterfallen Die muss weggekickt werden Das heißt wir brauchen Das Spiel macht einen kaputt Das macht einen richtig fertig hier Wie weit So und jetzt muss er beim zurück Sowas in etwa Ein bisschen Jetzt so Bam Das wird ja niemals so funktionieren Boah das ist so Bringt nichts Und rollt er wieder rüber Er darf da nicht rüberrollen Das heißt Oh ich bin so auf die Auflösung gespannt Also ich werde das schaffen Das weiß ich Das ist einfach nur so eine Da gibt es auch schon eine einfache Lösung Aber was ich ja gemerkt habe Ist wenn Da gibt es so eine einfache Lösung Wie da Das ist bestimmt so Fähig Das klappt ja nicht Oh man Kleines Bockliges Ding Du Mann Wie knapp ist denn das Was kann ich denn machen Dass die da nicht gegenknallt Da kann ich mir Da passt ja gar kein Ballon dazwischen Und was ist wenn ich Das Gewicht an einem Ballon mache Wartet mal Wartet mal Ich habe zwei Ballons Was bringt mir denn der Ballon Oder bringt mir auch nichts Und jetzt Oh Hä Warte mal Warte mal Na warte mal Das bringt ja auch nichts Was muss ich denn da machen Was muss ich denn da machen Was ist wenn der Wenn der genau So und jetzt Jetzt rollt die ab Oh nein Oh was kann ich denn da noch Oh Warum ist das so billig Irgendwie so eine Der darf nicht runter Der darf nicht drunter Kann ich da nicht Oh ist das billig Oh das ist so richtig Mies Das macht hier Die Menschen kaputt So Ja Oh ist das schlecht Oh nein Ja aber es wäre schon Es wäre denn das Feuer Genau schon so 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 Oh Ach komm Mann Hä aber jetzt muss er doch Oh Hältst du mal Oh Ist das kacke Jetzt ist er da schon fast Oh wenn ich diese blöde Auflösung sehe Und die ist so einfach Wenn die so ist wie meine Auflösung Es kommt einfach nur auf diesen Millimeter an Ist es okay Wenn die aufhören So nachher so Ich studiere doch mal ein bisschen Eigentlich muss doch der nur Ah und was ist wenn ich den Magneten Darüber halte Ist der doch auch So oder was Nein Aber Kann der Bleibt der nicht der kleben da dran Ich würde den noch da unter machen So 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 Oh Warum Warum bist du so zu mir Oh nein Ja Oh nein Oh scheiße Hier ist alles auseinander gefallen Oh nein Oh jetzt hat mich zu früh gefreut Ah ja Ich habe hier so ein Mist hier aber auch Hier passiert Oh So oder was Ah das ist hier ein bisschen billig Muss ich nochmal rebar hier Das ist alles auch Ich muss jetzt unbedingt mir den Plan angucken Äh Oh sind die billig Oh sind die echt zu billig Was Äh Oh ist das billig Oh Oh man Das ist doch schlecht Oh Jetzt ist der Tour Ist abgehoben Oh ich brauche noch ruhig Ja Das kommt davor Wenn man kein Profi Gamer Kein Let's Player Und kein sonst was ist Und hier Ist einfach das Equipment hat Oh nein Es ist ja Oh ist das Da habe ich mich ja richtig gequält Hier Aber Kreativ war ich schon Oh wie billig Oh der hätte auch noch Gucken können Eigentlich Aber Okay weiter geht's Ich habe sie mit Absicht Anders gemacht Hihi Oh Das ist doch auch mies Jedes Mal Boah Jetzt musst du ja jedes Mal warten Was passiert Das ist eigentlich auch klar Der knallt dagegen Und macht dann Diesen Ist der ja dahinter Ist das richtig? Jo eigentlich schon Und dann Oh das ist doch auch Jetzt muss ich da Zwei Minuten warten Bis das So oder was Und jetzt kommt Da wozu brauche ich denn Die Magneten noch Aha Der Magneten muss dann Oh das wird doch ein Experiment Was du jedes Mal neu starten musst Wenn es nicht klappt So oder was Ich habe keinen Plan man Bitte klappt das mal Bitte klappt das mal Bitte klappt das mal Eeei Oh viel zu doll Oh Oh war das knapp So oder was So oder was So oder was Oh die Zündschule hat immer Den gleichen Sample Sound Klappt 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 Boah Was ist denn Was muss ich denn da jetzt anders machen Einfach weiter weg Oder was Oh man Oh da ist was mit der Zündschule Warum machen die das Hätten die nicht den Brenner da oben hin machen können Das ist doch Keine Schikane hier Oh Was heißt Muss ja ein bisschen später sein So oder So dann Och man Komm Also das mit der Zündschule Ist wirklich Einfach so Ja wir ärgern den jetzt Komm schon Komm schon Oh nicht zu doll Nicht zu doll Jetzt 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 Und Warum denn so doll Oh maximale Zerstörung Muss ich den Hier vorne hin machen Oder was ist denn das Oh man Warum muss ich jetzt mal so lange warten Können was werden Können was werden Können was werden Oh Oh Da geht es schon wieder Oh da geht es schon wieder Irgendein Trick Was für eine Power der mal gelegt hat Ja Ja Wir haben im endeffekt Das gleiche Nur Ich erspare mir die Zeit Das sieht auch schon einfach aus Lass mich raten Zwei Generatoren Eine Batterie Ach das brauche ich alles nicht Oh Wieso sind hier so viel Also mit einer Batterie fängt alles an Das ist schon mal klar Warte mal was war jetzt Der kriegt Strom Power Generator Elektromotor Also der kriegt Elektrik Kurz mal studieren Theoretisch müssen die ja beide Das ist ja schon klar Jetzt brauche ich einen Verteiler Oh die wollen jetzt sehen Dass ich die Lampe noch dazwischen schalte Fünf Kabel habe ich Ich glaube ich weiß wie der ganze Saftladen hier abläuft So oder was So So Der kriegt Strom da rauf Der Hä So oder was Die anderen Teile brauche ich alle nicht Ach so Der erzeugt Strom Oder was Ups Ich weiß nicht Das getauscht glaube ich So dann Oder was So dann Der geht Ups Geht irgendwie nicht so gut Dreht in die falsche Richtung Der Johnny Ja aber dann fiel mir doch Mir ist schon wieder 14 vier Teile gegeben Hier was Will er denn von mir Er baut mir hier wieder Jetzt dreht der auch in die falsche Richtung Oder was Nö Okay Ja dann macht ihr mir Oh Hä was bauen die denn hier teilweise Was bauen die denn hier teilweise auf Hä guck wie dumm die auch sind Einfach nur so Ja komm Ihr wisst ja wenn die einen in die Irre führen wollen Hab ich alles nicht gebraucht Bin ja schwer enttäuscht von euch Da müsst ihr schon früher aufstehen Hä Ja geil Nur Dominosteine Reicht das denn Dass der Ball einfach nach rechts fällt Nö Na komm So oder was Das wäre doch gelacht Na gut Ein paar haben wir ja noch So oder was Das super jetzt muss Oh jetzt wird es aber eng Hier mit dem Stein Der geht da rein Der geht da drauf Der fällt ein Das super jetzt Boah Leute Herbar Jo Chili Also ich finde Jetzt auch wieder Über Level 50 Das ist doch nicht schwer Man Was die Dominosteine Also ich finde diesen Schwierigkeitsfaktor Oder Grad hier sehr unterschiedlich Was war der im Plan Einfach nur anders angeordnet Ja gut Let's go Ja man Jetzt sagt doch mal Wie ihr so drauf seid Wie stelle ich mich denn hier an Im international menschlichen Vergleich Bin ich so dumm wie ich aussehe Oder Tue ich noch so Die muss da rein Ja Okay Ja müsste doch aber eigentlich gehen Oder was Man Die fällt da runter Was denn Muss mit der Die fällt Da kippt sie Mann Die drei am Anfang Oder was Ja gut Und auf die Bass Äh Und ich sogar Sogar hier auf das Ding Aufgefallen Let's go Also Lampel soll angehen Lampel soll angehen Das heißt Ball muss Da rauf Muss Ball Da muss Ball rauf Weil sonst geht das nicht Das heißt das ist schon mal einfach Äh na das ist jetzt auch nicht so schwer Oder Sehe ich das falsch Das ist meiner Meinung nach Auch nicht so schwer So Komm Hat er einen Platz Ah Guck Alter Dann siehst du so unterschiedlich Sind unsere Forschung Vom Leben Ist auch nicht schlecht Ja Okay I hope you are just stopping Because of an important call Okay also klar Das Ding muss explodieren Die Schere darf nicht betätigt werden Zehn Magneten Vielleicht will ich hier so rein machen Oder was Zehn Magneten Was ist wenn ich Ich meine im Endeffekt darf die Schere ja nicht betätigt werden Klappt das So Ich wollte mich doch wieder hier verarschen Klar Vom Weg noch Auf zehn Stück Das sind wieder die alten Trickser Ich wollte mich hier wieder in die Irre führen Oh die Rakete explodiert noch Oh nein Oh Wieder keine Explosion Ja meine Damen und Herren Oh Hä Wie habt ihr euch das denn vorgestellt Aber das hat doch gar nicht funktioniert Oder was Das ist doch auch total What Hä Das hat funktioniert Ausgetrickst hab ich euch Von wegen hier Da kann mir gleich mal hier den Professor Stipendium geben Oh da geht's im Text Guck mal bei dem Spiel kann man auch keinen Schwierigkeitsgrad einstellen Hier gibt's nicht irgendwie Das könnte sein Dass man wenn man leicht hat Nur die Sachen hat Die man braucht Wenn man schwer hat Noch andere Sachen Damit man in die Irre geführt wird Oder halt irgendein Lösungsweg Stell dir vor Ich weiß jetzt hier nicht weiter Was mach ich denn dann Das ist aber ohne YouTube Ich kann ja nichts machen Hier ist doch nichts Was ich auf Help gehen kann Oder er mir wie gesagt So ein paar Sachen wegstreicht Oder sagt Ey das muss da hin Mit so einem Tipp Eigentlich bist du ja hier völlig Aufgeschmissen Auf der ganzen Sache Oh Das Ding muss läuten Der braucht Strom Und der muss runter Das heißt die Kugel muss da rauf Naja das ist auch wieder klar Zack 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 So da wird Ja kann man machen Ah Zieh mal einer rein Ach geht natürlich auch Ja die haben eine ganze Arbeit geleistet Bei mir ist nur eine halbe Tagebau zusammengebrochen Spannend Ja kommt auch nie wieder raus Sollst du so eine Brücke bauen Oder was Das ist nicht euer ernst Wirklich so Kann funktionieren Theoretisch Reichen drei oder was Super Das sei doch Kleine Verräter hier Okay Ja das ist doch auch wieder so Wow Was willst du denn da jetzt machen Du musst ja bestimmt dagegen schleudern Hier irgendwie Oh Was ist das passiert Hallo Schleudern hier Bam Naja das war jetzt das was ich wollte So hier irgendwie Jawohl War der gut Oh der ist ja wie Von einem Profibasketballer Komm Ich bin jetzt besser Komm Meiner ist ja wohl Eins an der reingeknallt Was der reingeknallt Was deren auch Verdammt nochmal Beide gleich gut Das gewicht noch anders gedreht Siehst du Das kann man auch noch machen Siehst du man kann auch immer dazu Lenden hier Okay das ist eigentlich auch einfach So oder was Ah 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 Ja Ja Ne Ich Na klar Also Ne Was denn sonst Ah ja der ist doch auch einfach Jetzt Der dagegen Der rollt da runter In den Eimer Der fällt zum Boden Und dann machen wir die Flamme Damit das dann kaputt geht Zack Ups Und das geht los Ja Okay Was war der Plan Genauso der Plan Okay Dann machen wir noch eins Und dann ist das schon wieder Eine halbe Stunde rum Verdammel Was ist jetzt los Ball komm Ball soll Transport Kennen Hä Was Ich komm Was Okay Der ist schöner gerollt Als bei mir Muss ich aber Ja okay Auch spannend Okay Wieder eine halbe Stunde rum Man sagt ja immer Das Beste kommt zum Schluss Deswegen Meld ich mich hier nochmal Ich bin's Der Schluss Ja Harte Folge War hartes Level dabei Und ja Ich bin gespannt wie es weiter geht Oder ihr Im Endeffekt Ich weiß es ja theoretisch schon Und ja man Dann Bis zur nächsten Folge Und da kommen noch ein Zwei Levels Die werden auf jeden Fall Heftig 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 Heftig